Servus liebe Leute und ihr seht es im Hintergrund, das ist die dritte neue Karte, das ist der Guard, also der Wächter und was ist da mit dem Wächter besonderes, es ist eine epische Karte und wie es in dem englischen Text schon steht, also die Karte besteht aus drei Skeletten, da denkt man sich Skelette sind ja richtig scheiße, aber die Skelette haben ähnlich wie der dunkle Prinz ein Schild, das heißt wenn ein Pekka einmal draufschlägt ist der Wächter dann nicht tot, sondern man braucht zwei Hits für die Skelette, ist auf jeden Fall richtig cool, wir finden die Truppe richtig cool, schreibt mal eure Meinung rein und wir sehen uns wenn die nächsten Karten raus sind, bis später, ciao ciao. Tschüss.